Ich überrasche dich jeden Tag, richtig erotisch. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein. Endlich fertig. Also eigentlich ist ein Hausbau nie fertig. Es gibt ja immer was zu tun. Ist es eigentlich jedem bewusst, der ein Haus baut? Oder besser gesagt, renoviert. Denn beim Neubau, wisst ihr ja sicherlich, haben wir aktuell einen Rückgang von ca. 60%. Aber um diese richtungsweisende Information für die Baubranche soll es heute gar nicht gehen. Sondern um das Eigenheim, das nie endet. Juhu, lass uns doch heute mal zu Beginn darüber sprechen, was du an deinem Haus das letzte Mal machen musstest. Du meinst jetzt so eine richtige handwerkliche Tätigkeit? Correctly. Ich habe noch ein Kellerfenster eingebaut. Ah, okay. Warum war da vorher keins drin? Vergessen. Quatsch. Doch. Das war so ein Fenster. Das war zugemacht tatsächlich. Da war so eine Spanplatte davor. Und dann haben wir das vergessen, als wir dann die Fenster getauscht haben, mit aufzunehmen. Und dann wurden halt die Fenster bestellt. Und dann war es halt rum. Weil es halt ein Kellerfenster war, haben wir gesagt, ist jetzt nicht so wichtig. Geschehene zum lachen im Keller. Richtig. Dann haben wir es noch komplett zugemacht. Also dass halt wirklich das Fenster, dass es wie eine glatte Wand ist. Und dann habe ich ja da jetzt ein Stromkabel vom Garten reinlegen müssen, außer Schienen und Gründen, in mein Haus nochmal. Und habe dann in dem Zuge, damit ich kein Loch in meine Wand bohren muss, habe ich dann einfach das alte Fenster rausgemacht. Und dann bist du ein kleineres, neues Fenster eingebaut. Wie hast du das? Aber du hast das, also hast du ein YouTube-Video reingeballert oder was? Woher weißt du, wie man Fenster einbaut? Ich kann alles. Ich überrasche dich jeden Tag, gell? Richtig erotisch. Mhm. Nee, sag mal. Weißt du noch? Ja, ich habe schon ein bisschen im Internet geschaut, wie es geht, aber tatsächlich. Gab es da nicht so? Gibt doch, es gibt. Tutorials. Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich von Obi so ein Tutorial anguckt. Von Obi? Oder von Hombach. Oder von Hombach. Ich mache einfach Werbung. Kriegst du Provisionen, oder? Also ich würde gerne bekommen, aber die wollen ja nicht. Die wollen nicht. Noch nicht. Noch nicht, mein Lieber. Du hast ja manchmal das Biberkostüm an, gell? Aber nur, wenn wir zu zweit sind. Also es soll heute inhaltlich um das Thema gehen, es gibt immer was zu tun. Der Spruch kommt ja nicht von Obi und auch nicht von Hombach, sondern von? Der Höfliche in der Baustelle. Bauhaus. Ach so. Oder nicht? Nee. Von Hombach. Es gibt immer was zu tun. Quatsch, Hombach. Was labere ich für eine Kacke? Die anderen sind auch alle gut. Genau darum soll es gehen. Ist es wirklich jedem bewusst? War das dir bewusst? Dass es immer was zu tun gibt? Ja, tatsächlich. Mir war es bewusst, weil ich bin ja schon in einem Haus groß geworden und dann sieht man immer schon, wenn die Eltern irgendwie was machen müssen oder man dann auch selber natürlich groß wird und man auch selber halt irgendwie immer mithilft, irgendwas im Haus zu tun. Hithilft. Auch nicht schlecht. Vielleicht, dann weiß man schon, dass halt immer was zu tun hat, aber stark. Muss man schon wissen. Ich glaube, vielen Eigentümern von einem Haus ist das nicht bewusst, dass wenn du ein Haus hast, du immer was zu tun hast. Also wenn du da noch einen Garten hast oder außenrum ums Haus, ja du musst ganz wichtig hier natürlich im Schwabenländle die Kehrwoche regelmäßig mal auch ums Haus rum kehren. Ich wünsche mir immer noch eine Müllzange von meinen Freunden, weil ich habe keine. Eine Müllzange? Ja. Ah ja. Ja, das kriegt man ja nicht. Also vielleicht will mir jemand eine Müllzange zuschicken. Werbung. Spaß. Bei uns gibt es keine Werbung, sondern nur Heimwerker-Lifehacks. Viel Spaß. Fabio, kurze Frage. Du als alter Nagler und Hämmerer. Wie schaffe ich das? Beziehungsweise, ich habe mir jetzt wieder, wollte Nagel in die Wand heimern. Wollte rein nageln und habe mir auf den Daumen gekauen. Okay. Und gibt es dafür irgendeine Lösung, dass mir das nicht mehr passiert? Also du kannst entweder den Nagel zwischen deine Füße einklemmen und dann schlagst du halt auf den Fuß. Ja. Oder du nimmst eine Wäscheklammer und spannst den Nagel vorne in die Öffnung und dann kannst du die Wäscheklammer festhalten und wenn du daneben haust, dann haust du entweder auf die Wäscheklammer, geht die vielleicht im schlimmsten Fall kaputt, aber du verletzt dich nicht mehr. Und kannst mit erhobenem Daumen wieder rauslaufen. Perfekt. Du darfst dich nicht verlassen, wenn es ums Nageln geht. Werbung Ende. Fabio, Lifehack Ende. Ja, stimmt. Okay. Weil, ähm. Dann müsste ich nicht mehr bücken. Genau. Nee, weil hier, wenn man gerade zu einem öffentlichen Weg wohnt, es ist echt eine Unart. Tatsächlich liegt da jeden Tag, liegt neuer Müll vor meiner Haustür. Ja, krass. Aber auch so richtig ist das Sagen, weil ich das nicht mal so ein Tempo, was rausfällt oder so ein Bombo-Papierle. Ich würde das gar nicht machen. Also ich würde nicht mal, ich habe schon ein schlechtes gewissen Taschentuch. Ich auch. Oder sowas auf den Boden zu schmeißen. Ich weiß gar nicht, wie man da auf die Idee kommt. Aber so Tetra-Pack-Getränke-Dinger einfach fallen lassen. Na gut, aber du hast ja ja so ein Jugendheim gleich hier ums Eck. Nee, das ist schlecht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, dann musst du halt mal ein bisschen die Leute erziehen, die an deinem Haus vorbeilaufen. Also ein bisschen an der eigenen Nase. Mach ich auch. Nee, finde ich eigentlich schon auch ein kleiner Kritikpunkt an dich. Was sind denn die Orte, in Anführungsstriche, wo es immer was geht? Also ein kleiner Hinweis, zum Beispiel Garten, Rasenmähen. Was gibt es noch in einem Haus, wo immer wieder, wiederkehrend das Dach? Dach jetzt nicht unbedingt. Das ist ja nur ein paar. Alle zwei Jahre musst du das Dach neu decken. Nee, es kommt drauf, wie gesagt, es kommt drauf an. Hast du natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie Holz an deinem Haus hast oder so. Fassade. Musst du das Holz pflegen. Fassade musst du auch, das sind ja aber auch nur wirklich alle Jahrzehnte mal, dass du da ein Haus neu anstreichen musst. Holz musst, wenn du es streichen musst, natürlich öfters streichen, jedes Jahr. Oder du lässt es halt vergrauen. Aber ansonsten, du musst halt einfach dein Haus pflegen. Auch von innen. Aber das ist jetzt nicht hausspezifisch, sondern auch wenn du eine Wohnung hast, regelmäßig streichen. Ich müsste nämlich zum Beispiel jetzt eigentlich dieses Jahr, wenn du mein Treppenhaus eigentlich schon streichen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Bei mir wurde, wenn wir jetzt schon heute bei Markennennungen sind, bei mir wurde Stofffarbe verwendet. Die ist wahnsinnig empfindlich. Also, kannst du bei mir im Treppenhaus mal gucken, da muss ich nur mit irgendwas hängen bleiben und ich habe sofort irgendwie so ein Dreck. Stremen. Stremen drin. Okay. Ich weiß nicht, ob das an der Farbe liegt oder... Keine Ahnung. Müssen wir nachher mal angucken. Genau. Müsste ich eigentlich schon wieder streichen. Aber ich glaube schon nicht eher, dass das meiste Problem immer draußen ist, die Gartenanlage, die Außenanlage. Das wird doch, glaube ich, eher vernachlässigt. Innen geht es wahrscheinlich. Aber Garten ist schon... Aber wenn du da nicht dran bleibst, gell. Und mit den Hecken und so weiter. Ja. Dann sieht es halt auch gleich scheiße aus. Krass. Ähm, ja. Aber das ist gar nicht so viel Aufwand. Also je nachdem, wie groß natürlich dein Garten ist, aber wenn man da immer ein bisschen Zeit investiert... Ja, ein Haus ist ein Lebensprojekt. Und das muss den Leuten auf jeden Fall bewusst sein. Thema Photovoltaik. Auch das Thema Steuern. Das muss man auch irgendwie im Blick haben. Ich meine, du hast jetzt auch die Erfahrungen damit gemacht. Ähm, kleinere Renovierungsarbeiten. Was sind denn noch so deine Erfahrungen, wo du vielleicht so in den letzten Monaten oder Jahren, wo du jetzt hier drin wohnst, gemacht hast? Ja, tatsächlich. Die hier jetzt mit der Grundsteuerreform und so, da musst du dann wieder was tun, was natürlich auch ein Scheiß ist. Aber du musst dich wieder hinsetzen, musst dich damit beschäftigen. Darfst wieder Geld ausgeben. Das sind einfach so die, ähm, alltäglichen Dinge, was... Ich muss gerade mal überlegen, was man denn sonst noch hat. Du hast, ähm, in deiner Garage so eine, ähm, Ladesäule. Ja, klar. Wenn du halt dann natürlich so Spielereien machst, wie, wie du es gesagt hast, Photovoltaikanlage. Ach, was heißt Spielerei, ne? Du tust ja dein Haus aufwerten. Ja, man denkt... Gerade bei solchen Sachen denkt man natürlich, ach komm, eine Photovoltaikanlage, top. Kaufe ich mir, mache ich aufs Dach, Punkt, fertig. Jetzt mittlerweile ist das alles einfacher geworden, nachdem jetzt hier die Steuererleichterungen und so kommen, gekommen sind. Aber ich, in den ersten Jahren, ich, äh, was mich das Nerven gekostet hat, mit der Steuererklärung und Zeug und Scheiß und was weiß ich, ja, hat, hat keinen Spaß gemacht. Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man andere, oder wie andere... Lass es einfach sein. So richtig, so richtig Depression. Was hat letztendlich einer zu mir gesagt? Der hat eine Hausbau-Depression. Und er kann einfach nicht, wo immer ist irgendwas. Und dann kommt da wieder, wo man Geld ausgeben muss und da wieder. Oder, ähm, aber das ist ja auch so ein Thema. Das muss einem bewusst sein, dass es auf einen zukommt, ja. Ja. Und du sagst, vorhin hast du schon gesagt, das ist dir bewusst, aber dann steht man vor dem Thema und denkt sich, boah, fuck. Ja. Und, ähm, du hast auch nicht so schöne Wochen gehabt, ja, mit den Steuern. Ja, ich... Ich will jetzt kein Trauma hervor, ich will dich jetzt nicht triggern. Wir hatten Telefonate, da habe ich zu dir gesagt, ich verkaufe den ganzen Scheiß und ziehe irgendwo wieder in eine Mietwohnung. Weil ohne Scheiß, es gibt, ja, das ist auch nicht so verkehrt. Aber klar, ein Haus zu haben, nicht ein Haus haben, ju. Ja, aber es gibt schon einige Sachen, die man da dann einfach tun muss und wo du auch immer irgendwie Geld reinstecken musst. Und Zeit. Und Geld und Zeit. Und wenn du jetzt irgendwo zur Miete wohnst, dann zahlst du monatlich deine Miete, Punkt. Und wenn irgendwas kaputt ist, dann rufst du einen Vermieter an. Ja. Und sagst, kümmere dich drum. Wenn du jetzt irgendwie ein eigenes Haus hast, dann musst du dich selber drum kümmern. Oder wenn du noch was vermietest, hast du auch wieder Abgaben und Zeug. Und also es wird oft alles immer schön dargestellt. Und hier Eigenheim, toll und schön. Und noch irgendwas vermieten, super. Hier alles steueroptimiert. Blibblablub, ja. Aber im Endeffekt. Aber es kommt dir dann halt schon zugute, wenn du dann halt in Rente bist. Das ist halt. Kannst du ja dein Geld irgendwo gewinnbringend anlegen. Ja, kann man auch. Sicherlich. Aber ich glaube, das ist schon ein sicherer Weg, das so zu machen. Aber ich glaube, da trifft man dann nicht zu weit jetzt vom Thema ab. Für mich war es einfach nur wichtig, oder ist es wichtig, es gibt immer was zu tun. Und das muss den Leuten bewusst sein. Auch wenn man sagt, es ist einem bewusst, aber trotzdem kommen halt immer Themen auf einen zu. Es können ja auch Stürme sein. Ja, wir haben vorhin über Dach gesprochen. Alle zwei Jahren, hahaha, ist gar nicht so. Aber hallo, kann sein. Ja. Wenn alle zwei Jahren irgendwie Unwetter kommt und Ziegel vom Dach fallen, oder was weiß ich, oder ein Baum auf dein Haus. Worst-Case-Szenario. Ich habe ja auch ältere Bäume im Garten stehen. Ja, wenn die jetzt umkippen, da auf ein Auto drauf, was weiß ich. Hello Kitty, ey. Viel Spaß. Viel Spaß bei der Arbeit. Das ist dann halt nicht ohne. Und das muss einem bewusst sein. Oder hier, ich habe ja noch hier meine Lüftungsanlage, da ist ein Filter drin. Regelmäßig reinigen. Regelmäßig reinigen, richtig. Das sind lauter so Punkte, wo man einfach gucken muss und entstand halten muss. Wenn ich jetzt in einer Mietwohnung wohne und da sind die Filters drin, ja. Dann ist es wurscht. Deshalb, es ist gut, Eigenheim zu haben, wie du sagst, aber es gibt tatsächlich Stunden, Minuten oder Tage, wo man einfach, oder wo es mir so ging, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, wo man denkt, ey, super, aber lasst mich alle in Ruhe. Ja, klar. Verstehe ich. Ich könnte dich auch manchmal an die Wand klatschen, aber ich liebe dich, Ju. Ja. Von daher, mit dieser Liebe gehen wir raus aus der Folge und ich ziehe mir jetzt das Biberkostüm an. Ich wollte gerade sagen, ich liebe dich nur, wenn du dein Biberkostüm an hast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020